Der, der möchte, dass ich sie aus der Gewalt des Königs befreie und mit ihr aus Emuimacha fliehe. Du weißt, dass das nicht gut gehen kann? Nein! Pani hat recht. Aber wenn es dein Wille ist, dann werden wir dir helfen und dir zur Seite stehen. Königshober hat mehr Spione ausgesandt, als wir vermutet haben. Es kam, wie es kommen musste. Er wird alles daran setzen, uns zu fangen und dich zur Frau zu nehmen, derdau. Senkt euren Bogen. Ich will euch kein Leid zufügen. Ich werde die Felsenküste von Erinn nie wiedersehen. Es sei denn heimgeleitet von Vollenkörner, Koholin oder Fergus. Wir brechen sofort zur Küste auf. Der König erwartet uns bald zurück mit den Usnech-Söhnen und der schönen Derdru. Es wird alles so kommen, wie ich es geplant habe. Wen Konjibar hasst, den hasst er bis in den Tod. Willkommen in Emuimacha. Sag den Männern Bescheid. Es ist soweit. Das Ende der Usnech-Söhne ist gekommen. Was ist alles Glück in einem fremden Land, gegen das eine, das Land täglich zu sehen, in dem man geboren wurde? Adam, Mann, lief! Sie wissen, dass ich hier bei euch lebe und sie werden kommen, um euch zu töten. Lass sie uns, helft uns! Bitte! Wieso werde ich so bestrafen? Noisi wird sich für sein Herz entscheiden. Wieso sollte ich an das Gute in den Menschen glauben, wenn sie doch nur aus Hass und Sorgen bestehen? Klinis, nein! Keine Kase! Wieso sollte ich kämpfen, wenn doch schon alles verloren ist? Wir waren fast immer einer Meinung. Ich war so blind. Hat es euch geschadet? Nein, das hat es nicht! Damals waren die Jünglinge der Zio. Die mussten lernen, mit Waffen umzugehen. Heute sind wir Männer. Es ist erschwert, da fürchten sich nicht vor Konjubars Tücke. Siehst du dieses Blut, Konjubar? Siehst du es? Es soll nicht das Letzte sein, das geflossen ist. Ich werde dich vernichten! Tötet ihn! Ich habe keine Angst vor dem Blut. Du wirst Angst haben. Du wirst Angst haben.